Was geht ab, meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Ja, diese Woche sehr, sehr viele News, dafür nächste Woche überhaupt keine News mehr. Also nächste Woche, die Woche vor Weihnachten, sollte relativ ruhig werden, zumindest was die Newslage anbelangt. Ob das charttechnisch auch so wirklich bleibt, auf was wir achten sollten und warum diese Woche so verdammt scheiße gelaufen ist charttechnisch. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen, bevor wir hier durchstarten. Lasst dem Video schon mal gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch die Glocke aktivieren, dann werdet ihr nämlich immer wieder benachrichtigt, wenn ein neues Video hier auf diesen Kanal online kommt. Und ansonsten auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung oder halt in der Kommentarspalte. Und wenn ihr auch die Trades, die wir hier alle besprechen, nachtraden wollt, kann ich euch nur die Partnerbörse BingX empfehlen. Dort könnt ihr Forex, Krypto und natürlich auch die Stocks nachtraden. So, jetzt gehen wir aber rein in die Analyse und fangen gleich mal an mit dem DXY, den es diese Woche wieder ordentlich, ordentlich erwischt hat. Wir hatten, wie gesagt, diese Woche einige Zahlen, die auf uns zugekommen sind. Beginnt war das Ganze ja am Dienstag, werden wir da nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen mit den VPI-Daten, die grundsätzlich eins zu eins so ausgefallen sind, wie sie prognostiziert waren, nur auf Monatssicht leicht angestiegen sind. Am Mittwoch hatten wir ja dann noch, was hatten wir am Mittwoch genau, die Erzeugerpreise, die auch, sag ich mal, human ausgefallen sind. Und dann auch noch den Fettzinsentscheid, wo es positive News gab. Die Zinsen bleiben zwar erst einmal so, das war aber auch zu 99 Prozent so eingepriesen. Aber wenn wir uns mal hier so angucken, so Zinsprognose ein Jahr deutlich zurückgegangen, zwei Jahre, drei Jahre ist gleich geblieben. Und Zinsprognose vier Jahre. In vier Jahren geht man also wieder davon aus. Und das passt wieder so ein bisschen zu meiner Theorie, dass wir vielleicht in zwei bis drei Jahren dann den Peak des einerseits natürlich Bullruns haben und andererseits auch natürlich den Peak für alles andere, was die Stockmärkte etc. pp. anbelangt. Einfach mal im Hinterkopf behalten. Wenn es dann in zwei, drei Jahren soweit ist, dann wissen wir auf jeden Fall mehr Bescheid. Das hat natürlich dann den DXY nochmal deutlich unter Druck gesetzt, den wir hier noch mal unter das Golden Pocket gefallen haben. Jetzt hier mit so einer kleinen Bullish Divergence hier erstmal reingebildet. Starker Abverkauf, Richtung Freitag ging es dann wieder so leicht nach oben. Für mich aber derzeit noch kein richtiges Signal, um hier in den Trade reinzugehen. Also hier warte ich jetzt erstmal noch ein bisschen ab. Vor allem wird es hier entscheidend werden. Sollten wir nächste Woche zu Wochen beginnen, dann gleich hier in Richtung Golden Pocket gehen. Ich mache mal hier das Übergeordnete ganz kurz weg. Das heißt in diesem Bereich hier zwischen 103,4 wäre so die Chance vielleicht sogar hier nochmal so einen kleinen Short Trade einzugehen. Das müssen wir aber dann nochmal gucken, wie es dann nächste Woche ist und dann möglicherweise sogar nochmal ein Leg Up kriegen sollten. Leg Down meine ich. Glaube ich ehrlich gesagt aber nicht. Wäre für mich ein bisschen zu überdramatisch. Also ich gehe eher davon aus, dass wir maximal hier nochmal ein tieferes Tief bilden, so eine Art doppelten Boden und dann nach oben hin ausbrechen. Weil da kommen wir nämlich jetzt gleich schon mal zum nächsten, was letzte Woche einerseits gut funktioniert hat, das andere war, ich bin aber nicht reingegangen. Also es hätte grundsätzlich funktioniert. Also einerseits, wir haben einen dritten Take Profit von unserem Short vom Euro gegenüber US-Dollar erreicht. Ich war aber so blöd und damit hat die Woche schon scheiße angefangen, muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir hier nicht in diese Long-Position reingegangen sind. Hier bei 1,072 Euro. Das war ja eigentlich der Plan von letzter Woche, dass wir hier dann nochmal reingehen und die Gegenposition nach oben hin mitnehmen. Jo, Manu hat es vergessen. Manu absolut dumm. Und Manu dann die Chance vertan. Manu jetzt auch keinen Euro-US-Dollar-Long mehr hat. So, also ist jetzt einfach so, wir sind aus dem Short raus. Wir haben den Long nicht mitgenommen. Das heißt, wir müssen hier jetzt nächste Woche jetzt erstmal gucken, wie es jetzt hier möglicherweise weitergeht. Momentan sieht es ein bisschen so aus, als ob wir hier so eine kleine Art Doppeltop hier erstmal reinbekommen haben und jetzt hier weiter nach unten hin reingehen. Jetzt warten wir mal erstmal noch ein bisschen ab. Sollten wir nämlich hier unten wieder reinkommen, weil die Ineffizienz noch nicht ganz geschlossen ist, dass wir dann hier nochmal einen kleinen Long probieren können. Aber, das kommt jetzt eben nochmal das Aber, ich gehe hier eher davon aus, dass wir hier eben nochmal beim DXY hochgehen, dann runter und dann eben die Trendwende kriegen. Ich bin nächstes Jahr nochmal deutlich bullischer auf den US-Dollar als auf den Euro, was eher dazu führen würde, okay, dass wir hier nochmal hochkommen und dann nochmal so ein kleines Doppeltop hier in diese Art finden und dann eben Turnaround kriegen. Das heißt, ich bin hier momentan eher beim Euro auf der Short-Seite. Letzte Woche wäre es natürlich besser gewesen, wir hätten einfach diesen Long noch eingehen können, dann hätten wir wieder ein bisschen hatchen können, ist halt jetzt wieder nicht so gewesen. Deswegen für mich momentan eher Euro Short, US-Dollar Long. Aber, wie gesagt, wir müssen diese Woche nichts mehr überstürzen. Das ist die letzte, für mich persönlich jetzt erstmal die letzte richtige Handelswoche. Dann kommt Weihnachten, dann ist schon Silvester, das Jahr schon wieder rum. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Deswegen, wir überstürzen hier nichts. Sollten wir hier nochmal so eine Art Doppeltop kriegen im Laufe der Woche, werde ich hier nochmal einen kleinen Short probieren. Ansonsten sollten wir den Abverkauf kriegen, dann müssen wir ganz, ganz genau gucken, wie die Reaktion eben hier unten ist. Für mich aber ganz ehrlich, diese Euro-Phase nur kurzfristig. Ich halte nicht, also ich bin nicht längerfristig bullisch hier auf den Euro, wie das hier im Chart zumindest derzeit ein bisschen ersichtlich ist. Gehen wir rüber zum Shit-Market der Woche. Und zwar einerseits fangen wir an mit dem Dow Jones. Ihr seht schon hier, der Trend ist weiterhin intakt. Also er hat sich weiter nach oben hin fortgesetzt. Das Volumen hat sich aber auch weiterhin nach unten fortgesetzt. Also es gibt nichts, ich wiederhole nichts. Es konnte mir letzte Woche nicht eine Person in den Kommentaren, konnte mir letzte Woche sagen, warum wir diese beschissenen Märkte derzeit sehen. Beschissen einerseits, wenn du natürlich Short traden willst. Gut für alle, die in ETFs oder Aktienportfolios oder sonst was drin sind. Mit unter mir. Aber trotzdem gefällt mir dieser Shit-Market momentan überhaupt nicht. Und das ist der Grund, warum ich mich diese Woche komplett von diesem Markt fernhalten werde. Wir können das jetzt besprechen. Wir haben hier ein neues All-Time-High. Wir haben ein neues All-Time-High. Ich wiederhole nochmal, wir haben ein neues All-Time-High. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn wir uns das mal wirtschaftlich alles betrachten. Ich habe euch die Credit-Debs gezeigt. Das heißt, die Leute zahlen Kreditkarten mit Kreditkarten mit Kreditkarten. Wir haben eine sehr, sehr hohe Zinspolitik mit einer Range zwischen 5,25 und 5,5%. Das heißt, Geld ist teuer. Die Leute horten, wenn dann Geld. Die Leute müssen gucken, wie sie über die Runden kommen. Aber der Dow Jones macht ein neues All-Time-High. Gib ihm, Brudi. So funktioniert es anscheinend heutzutage. Aber gut, solange dieser Trend hier auf jeden Fall noch hält, brauchen wir uns über Short keine Gedanken machen. Wir haben jetzt ehrlich gesagt nach oben hin keine Widerstände mehr. Natürlich, wir haben ein neues All-Time-High. Macht keinen Sinn. Wir haben sogar die Daily Candle hier über dem All-Time-High geschlossen. Also alles tutti-frutti beim Dow Jones. RSI, scheiß drauf, juckt den Markt eh nicht. Es juckt den Markt generell nichts. Also solange dieser Abtrend hier derzeit noch hält, brauchen wir uns über Short-Trades mehr keine Gedanken machen. Und ich werde mich hier auch erst einmal ein bisschen fernhalten. Wie gesagt, neue Trades werde ich hier nicht eingehen. Das Einzige, was etwas Hoffnung machen könnte, ist hier dieses Rising Wedge, welches sich jetzt schon seit dem zweiten, also seit eineinhalb Monaten hier gebildet hat. Das ist das Einzige, wo wir mal ein bisschen darauf achten könnten. Ansonsten würde ich hier diese Woche nichts mehr riskieren. Gehen wir zum zweiten Shit-Market. Gehen wir zum Nasdaq. Auch hier sind wir eiskalt liquidiert worden. Die Widerstandszone hier wurde 0,0 respektiert. Wir sind durchgebrochen. Wir sind hier durchgebrochen und stehen jetzt auch hier kurz vor einem All-Time-High. Da fehlen nur noch knapp 150 Punkte. Dann haben wir auch beim Nasdaq ein All-Time-High. Ist das nicht schön? Macht richtig Freude die Börse momentan, solange man nicht dagegen tradet. Aber gut, für mich, ganz ehrlich, ich bleibe dabei, früher oder später kommt diese Korrektur. Ich will jetzt aber nicht sagen, wann, weil die letzten zwei Wochen haben jetzt ehrlich gesagt gereicht. Wir haben noch genug Gaps. An dieser Analyse hat sich auch nichts geändert. Deswegen mache ich das jetzt auch kurz und knapp. Der Trend auch hier ebenfalls intakt. Wir befinden uns hier ganz klar in einem Aufwärtstrend. Daran hat sich nichts geändert. Aber auch hier das gleiche Spiel wie beim Dow Jones könnten wir sagen, okay, hier bildet sich langsam aber sicher ein Rising Bridge. Könnte uns das möglicherweise dazu führen, dass wir möglicherweise Anfang des Jahres dann eher Season Crash sehen. Also Jahreswechsel, Trendwechsel. Letztes Jahr hatten wir es bei Bitcoin. Bitcoin kannte danach nur noch eine Richtung. Auch die Stockmärkte kannten eigentlich danach nur noch eine Richtung. Möglicherweise passiert genau dieses Jahr das Gegenteil oder halt nächstes Jahr das Gegenteil. Das wird dann erstmal einen kleineren Abverkauf dann erstmal sehen. Aber wie gesagt, momentan darauf wetten, haltet euch einfach von diesem Shit-Market komplett fern. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Kommen wir zu Part 3. Kommen wir rüber zum S&P 500. Genauso scheiße gelaufen, genauso scheiße in den Stop-Loss gelaufen, kurz vor dem All-Time-High. Alle Widerstände erstmal rausgenommen. Und hier verstehe ich sogar noch ein bisschen, weil wir beim S&P 500 sogar noch ein bisschen zurückgeblieben sind. Das heißt von den Erwartungen halt. Das Volumen hat hier auch nochmal einen deutlichen Schlag nach oben hingetan. Also hier verstehe ich es ein bisschen mehr als wie beim Nasdaq und beim Dow Jones, die hier kurz vor ihrem All-Time-High stehen. Aber auch der S&P 500, auch hier ganz kurz vor dem All-Time-High, hier fehlen auch nur noch knapp 2%. Ist auf jeden Fall in der vorweihnachtlichen Zeit auf jeden Fall nochmal drinnen. Gleiche Dinge wie bei den anderen zwei. Ich würde hier momentan nicht shorten. Trend intakt. Trend mit sehr, sehr viel Volumen. Auch nur, also hier sehen wir auch nicht wirklich diese Volumenabschweifungen, wie wir es jetzt bei den anderen momentan gesehen haben. Deswegen haltet euch hier einfach fern. Wenn ihr Long seid, nehmt Profite. Alles gut, aber versucht jetzt hier einfach nicht mehr gegen diesen Trend zu shorten, so wie ich es gemacht habe. War eine schmerzhafte Woche. Ich meine, der Euro-US-Dollar-Short hat da ein bisschen was gerettet und Gold auch. Da kommen wir gleich nochmal dazu, aber ansonsten Finger weg. Gehen wir rüber zum deutschen Leitindex DAX. Hohe Inflation, Regierung, die uns, okay, ist ein anderes Thema, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich wahrscheinlich sagen wollte. Die Geld für alles hat, aber nicht für uns. Und ja, auf jeden Fall, hier sind wir noch gerade so durchgekommen. So muss man es ehrlicherweise sagen. Der Trend auch hier momentan zwar noch intakt, schwächelt aber ein bisschen. Hier sind wir noch in dem Short, weil wir hier den Stop-Loss auf 17.074 gesetzt haben. Ihr könnt euch noch daran erinnern. Ich habe gesagt, die 17.000 möglich, kurzer Wig drüber und dann runter. So ist es derzeit passiert. Wir sind hier ziemlich Plus auf Minus Null. Ich hoffe, ganz ehrlich, dass wir hier nächste Woche doch nochmal diesen kleineren oder größeren Abverkauf wirklich sehen. Im 4-Stunden-Timeframe ist nämlich dieser Trend schon gebrochen. Auf Daily geht es noch. Ich hoffe, dass wir hier zumindest noch die Verluste, die wir diese Woche gemacht haben bei den anderen 2-3 Trades, die wir da gemacht haben. Das waren knapp 4% Loss. Muss man fairerweise so sagen, dass wir möglicherweise die mit dem DAX-Trade dann möglicherweise noch reinholen können. Im Laufe der Woche schauen wir mal. Dafür müsste man mindestens auf 16.000 Punkte kommen. Wäre schon ein heftiger Dump. nochmal 3,65%. Aber schauen wir erstmal ein bisschen. Und ansonsten, wie gesagt, der Short läuft. Den lasse ich jetzt auch so. Scheiß jetzt auf diese 2,46%. Solltet ihr sagen, okay, nehme an, ob deine Trades waren diese Woche sowas von scheiße, dann macht den Trade einfach zu. Ich habe den jetzt noch offen, weil, wie gesagt, wenn ich einen Trade plane, dann halte ich daran auch erstmal fest. Und beim DAX momentan sieht es noch so aus, ob wir hier noch ein bisschen Hoffnung haben könnten. Sollte ich aber merken, dass wir hier in dem Bereich der 16.300 bis vielleicht sogar schon 16.400 Punkte schon langsam, aber sicher wieder in diesem Bereich kommen, wieder nach oben hin zu pumpen, dann vergesst es. Dann werde ich das Ding auch minimal im Plus dann schließen und gut ist. Ansonsten lasse ich diesen Trade jetzt erstmal noch ein bisschen laufen. Erklärungen, warum das alles so pumpt, gibt es keine. Sorry, kann ich euch nicht geben. Das ist das reinste FOMO. Gehen wir rüber zu Gold. Hier muss man ehrlicherweise sagen, sieht es ein bisschen besser aus. Letzte Woche noch drüber gesprochen. Hier dieser Zielbereich hier um 1.980 mit der Verdopplung. Dann kamen eben am Mittwoch die Zahlen von der FED Gold extrem nach oben hingepumpt. Position hier verdoppelt. Hier wieder erster Profite genommen. Hier in dieser gelben Linie haben wir im Laufe der Woche mal im Video besprochen. Also hier läuft es momentan noch ganz gut. Was mich ein bisschen stört derzeit ist, dass wir hier nicht zumindest mal ans 0,5 oder zumindest ans Golden Pocket reingekommen sind. Gut, kann noch kommen im Laufe der Woche. Sollten wir nochmal hier runter gehen. Das heißt, die Ineffizienz hier unten füllen. Das heißt, in dem Bereich der 1.987 werde ich wahrscheinlich die Position nochmal verdoppeln. Das heißt, mein momentaner neuer Entry liegt hier bei 1.940 US-Dollar, weil der alte Entry hier unten bei 1.900 US-Dollar gewesen ist. Das heißt, wir sind momentan mit unserem Stop-Loss genau im Golden Pocket. Das ist auch weiterhin mein Worst-Case-Szenario. Hier werde ich auch nochmal physisch auf jeden Fall ein bisschen nachkaufen. Man kann schon das ein bisschen nutzen, auch für physische Goldkäufe. Das sage ich nur, weil ich extrem bullish bin, was Gold die nächsten Jahre auf jeden Fall anbelangt. Vor allem dann, wenn die Phase kommt, die ich mir dann so vorstelle zwischen 2025, 2027. Es ist ein langer Horizont, aber es könnte sich gut eignen, um noch ein bisschen Gold zu akkumulieren. Ansonsten charttechnisch, wie gesagt, ist mein Ziel jetzt erst einmal die Woche hier nochmal einen zweiten Take-Profit, so bei 2060 ungefähr oder sogar 2080 hier nochmal reinzutun. Und dann müssen wir gucken, wie hier oben am eben Golden Pocket reagiert wird. Aber hier die Position, wie gesagt, die wurde im Laufe der Woche verlängert. Nochmal ein Take-Profit genommen. Ist mittlerweile Take-Profit 7. Also der Trade, echt Bombe gelaufen. Die Korrekturen immer schön hier genutzt nach oben hin. Und dann schauen wir jetzt erstmal mal, wie dieser weiterläuft. Den werde ich auch nicht schließen. Den versuche ich jetzt immer weiter erstmal nochmal aufzuhalten, bis es sich irgendwann natürlich von den Gebühren nicht mehr lohnt. Also sollten wir jetzt hier eine ewig lange Seitwärtsphase reinkommen, können wir das Ding irgendwann früher oder später schließen, weil sich die Gebührenlage dann natürlich auch finanzieren muss. Und dann lohnt sich so ein Trade eben nicht mehr. Ja, das war es schon zu den Stockmärkten etc. Jetzt gehen wir mal rüber noch zu Krypto. Das heißt, so Bitcoin momentan 42.200 US-Dollar. Diese Woche eher so ein bisschen die Seitwärtsakkumulationsphase. Wir können uns auch mal die Bitcoin-Dominance angucken. Auch die geht deutlich, deutlich nach unten. Das heißt, wir haben momentan oder befinden uns derzeit ein bisschen in der Altcoin-Season. Golden Pocket wurde gehittet. Short-Position läuft. Habe ich an der Telegram-Gruppe dann auch nochmal announced. Ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, hier war es nochmal. Habe ich es auch nochmal gepostet. Also die Short-Position läuft. Mit ersten Take-Profit genommen. Schauen wir mal, wie das noch weitergeht. Für mich sollte die Korrektur immer noch vor Weihnachten kommen. Das heißt, ich rechne immer noch ein bisschen damit, dass wir einen relativ schnellen Abverkauf sehen werden. Also mit schnellen meine ich wirklich einen Flash-Crash. Der kommen könnte entweder in den 40k bis 37.5 Bereich. Da sprechen wir ja schon die ganze Woche drüber. Das sind für mich momentan die Prioritätsziele, wo ich auch nochmal ein bisschen Spot deutlich, deutlich mehr akkumulieren würde. Ich werde dann auch hier wieder auf jeden Fall meinen Sparplan wieder laufen lassen. Ich habe ja schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt, ich kaufe momentan einfach täglich Bitcoin. Das habe ich auch fortgeführt, bis wir dann hier oben waren. Habe ein bisschen mal pausiert. Beobachte das jetzt. Die Käufe werde ich dann hier unten wieder fortführen. Und ganz, ganz wichtig. Die Marke 40.000, 37.500. Große Spotzone. Sollten wir sogar noch einen größeren Crash sehen. Das heißt hier runter sogar bis 33.5 bis 33k ist es die zweite große Spotzone. Und in diesem Umfeld, also alles was hier in dieser Zone ist, in dieser 17% Zone, wird nochmal aggressiv meinerseits zumindest akkumuliert. Ihr müsst es nicht so machen. Das ist meine Strategie. Wollte ich euch einfach nur mitteilen. So plane ich derzeit. Das ist das Worst-Case-Szenario derzeit. Wäre aber nicht verkehrt. Sage ich auch nochmal dazu. Diese 33k wären meiner Meinung nach sogar noch ultra bullish. Es würde sehr, sehr viel Liquidität, Longer, Shorter etc. pp. aus dem Markt ziehen. Und dann können wir mit neuem Schuss in Richtung ETF starten und in Richtung neues All-Term-High. Weil davon gehe ich ganz stark nächstes Jahr aus. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Was denkt ihr? Sehen wir nächste Woche den Crash? Sehen wir vielleicht in dieses Wochenende noch? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Das war jetzt, ich glaube, der letzte Marktausblick für dieses Jahr. Weil nächste Woche, weiß ich nicht, ob ich da einen mache, wegen Weihnachten und sowas. Das ist die Weihnachtswoche. Schauen wir einfach mal ansonsten. Falls ihr alle immer nur den Marktausblick guckt, wünsche ich euch alle schon mal schöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche noch den kleinen Ausblick auf 2024 anschaut. Und ansonsten, wer jeden Tag zuguckt, like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wir hören uns auf jeden Fall da morgen wieder. Und das war es von mir. Schönes Wochenende. Und dann hören wir uns morgen, denke ich, wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. So, stay critical.